Wirklich jetzt die ganze Fläche soll ich hier mähen? Boah, das tut man nicht alles für die Urlaubskasse. Allein außen rum ist ja bestimmt ein halber Kilometer. Hm, das will ich jetzt genauer wissen. Einmal außen drumherum, das nennt man den Umfang. Den Umfang von dieser Rasenfläche kann ich also dadurch bestimmen, indem ich jede Seite messe und dann die Längen zusammenrechne. Da das Rasenstück in etwa ein Rechteck ist und daher je zwei Seiten gleich lang sind, reicht das schon. Die eine Seite ist 20 Meter lang, die andere 25 Meter. Und damit weiß ich auch, wie lang die beiden gegenüberliegenden Seiten des Rechtecks sind. Weil der Umfang einmal außen drumherum ist, rechne ich 20 Meter plus 25 Meter plus 20 Meter plus 25 Meter. Und das ergibt 90 Meter. Also doch kein halber Kilometer. Ganz leicht verschätzt. Das mit dem Umfang funktioniert auch bei allen anderen Flächen. Hier zum Beispiel ein Dreieck. Der Umfang ist einmal drumherum, also die Längen der drei Seiten addiert. Beim Quadrat ist es besonders einfach, wenn du eine Seitenlänge kennst, kennst du automatisch alle vier, denn alle sind ja gleich lang. Wenn du also weißt, dass eine Seitenlänge vielleicht drei Meter lang ist, kannst du den Umfang schon berechnen. Auch beim Kreis ist der Umfang einmal außen drumherum, aber den zu berechnen ist etwas kniffliger, das erkläre ich dir ein anderes Mal. Der Umfang ist also die Strecke rund um eine Fläche drumherum. Und um den rauszubekommen, musst du die Seitenlängen ermitteln und dann ganz einfach zusammenrechnen. Hey, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau mal auf LearnAttack.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Den Link findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Wenn du dann auch all das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir noch echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich, samt Musterlösungen natürlich. Also schau einfach mal rein auf LearnAttack.de.